Herzlich willkommen im Klima-Haus Bremerhaven. Wir sehen sie wieder, die Fidschi-Leguane. Annegret und Klaus-Dieter. Werder-Orakel, siebter Spieltag der Fußball-Bundesliga. Bremen gegen Leverkusen und wir sehen Annegret. Die schaut schon ganz, ganz starr und fest in Richtung Bayer Leverkusen. Sie wird doch nicht schon wieder beim Werder-Gegner zubeißen. Doch, sie tut es. Die arme Heuschrecke auf dem Leverkusen-Stab muss dran glauben. Und das heißt Heimniederlage für Werder Bremen. Ob unsere Werder-Orakel richtig liegen, na gucken wir mal. Werder-Hoffnung stirbt nie. Und das heißt Heimniederlage für Werder-Gegner.